Romina, guten Morgen. Schön, dass du wieder da bist in deinen Dreadlocks. Alles sieht ja so super aus und heute bist du nach Arbeit gekommen, aber ich weiß nicht was, ich habe ja gar keine Arbeit. Es sieht alles so ordentlich aus. Okay, dann machen wir es auch. Vielleicht sieht man mal den Ansatz. Wie lange ist es her? Fünf Monate jetzt. Ja, fünf Monate. Das sieht schon mal. Und hier gehen wir danach. Schön, dass du da bist. So, frisch nachgehegte Dreadlocks. Geh einfach mal ein bisschen näher, dass man den Unterschied sieht. Schön wieder, dass du da warst und bis nächstes Mal. Ich danke euch. Ja, danke auch Romina. Ich danke euch. Ich danke euch.